Herzlich Willkommen, euer Freunde, zurück zu Minecraft Dungeons. Yeah! Im letzten Part haben wir den nassen Sumpf gemacht. In diesem Part werden wir die Kürbisweiden machen. Ähm, genau. Oh, hier gibt es überhaupt nichts Neues. Okay, das haben wir schon alles. Wir haben Kraft von 54. Wir nehmen mal hier das hier. Ah, oh Gott, hier war ja diese schreckliche Magierin, ne? Oh mein Gott, das wird jetzt natürlich was. Das wird ja was. Mein lieber Schorli. Aber, das müsste schon klappen. Müsste schon klappen. Aktuell schaue ich tatsächlich Pokémon wieder, Leute. Pokémon Staffel 14? Also, die Einallregion. Mit Synthi als Champion. Nee, nee, nee. Nicht mit Synthi als Champion. Wer war denn Champion dort? In einer Region. Auf jeden Fall, wo N war. Ist das N? Ja, N war das. Nee. War das N? Benni. Benni war von Schwarz und Weiß, glaube ich, ne? Ja. Ja, dann war es doch die Region. Tatsächlich. Tatsächlich. Nee, oder war es Unova? Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich als totaler Pokémon-Fan, ich müsste es doch wissen. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Was ist das denn hier? Irgendein Geheimnis, was wir noch nicht aufdecken können. Okay. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall. Die Staffel schaue ich momentan. Äh, mit Fleung. Ja, Fleung müsste 5 sein. Und Nova. Beziehungsweise Einall. Und Nova ist ja nur Englisch. Stimmt. Da war ja was. Oh, super. Können wir eben hier meinen Bogen noch entschaden. Hier. Achso, wir haben nur einen Punkt. Oh, das werden schon zwei. Schade. Hey, hab ich nicht letzt... Bist du da ausgerüstet, oder? Komm, das nehme ich auch mit. Hat eigentlich... Es hat relativ gute Werte. Wohin müssen wir... Achso, wir müssen nach... Da hin. Okay, dann gehe ich hier hinten her. Obwohl, schnell laufen ist auch cool. Weil man fühlt sich schon sehr, sehr langsam. Okay, ich mache keinen One-Hit. Okay, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh Gott, Creeper. Bam. Und bam. Guck mal, da treffe ich beide. Das ist doch viel besser, oder? Also, ich finde das viel besser. So. Spinni. Achso, Spinni ist schon wecki. Hier haben wir nochmal so komische Steine. Die gefühlt hier nichts bringen. Was bringt uns dieses Haus hier? Auch nichts, ne? Außer, dass das uns zeigt, dass hier Krieg ist. Außerdem die... Ich finde es cool, dass die Laternen stehen. Solche Laternen hätte ich auch ganz gerne im echten Einkauf, dass man solche Holzstücke da macht. Ach, das könnten auch Zäune sein. Stimmt. Können auch Zäune sein. Oh, hier haben wir wieder ein paar. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen dahinter. Vielleicht war die Farbe nicht so ganz so gut. Oh Gott, Magier. Aber eigentlich dieser Magier ist noch nicht dieser andere da. So. Kannst du mal bitte weggehen. Danke. So. Du auch noch. Danke. Genau, eben hier unten. Hier unten ist nichts. Habe ich schon was übersehen? Ja, ein bisschen. Aber es macht nichts. Das macht mir nichts. Ja, wir haben noch so ein Podest. Okay. Langsam frage ich mich ja, was die bringen. Ah. Ah, das ist die Map. Stimmt. Da war ja hier hinten, äh, eine Kiste. Oh Gott. Hier ist ich runtergeflumst. Ah, da ist sie wieder. So. Sehr schön. Hallo, Magier. Du bist aber weg. Weg vom Wenster. So, hier, bitteschön. Oh Gott, zwei Magier. Okay. Ich muss mich mal eben um die hier kümmern. So. Ach, da unten, ey. Meinst du, ich treffe die? Nee. Nee, tue ich nicht. Sorry. Da unten. Dir kann ich nicht mehr helfen. So. Ein bisschen Essen hier wieder. So gehört sich das. So. Hier. Hier geht aber auch weg. Oh, da kommen noch mehr hier. Da kommt die Verstärkung. Aber wir gehen erstmal nach unten, bevor wir oben lang gehen. Äh, ich. Oh Gott. Ich wollte ihn eigentlich stunnen, aber hat nicht ganz so gut geklappt. So. Kann ich die auch aussparen? Ja, das kann ich tatsächlich. Oh Gott. Magier. 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 So. Gib mir das mal. Danke. Danke, 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 vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Hier gibt's ja gar nichts, was ich haben will. Und hier geht's auch gar nicht weiter. Okay. Gehen wir wieder hoch. Das war eine kurze Tour. Tour über das Schiff. Eine Bootsbesichtigung war das. So. Ah, das geht eigentlich hier noch alles klar. Ah, weg mit euch. Du auch. Oh Gott, da haben wir Magier. Den haben wir aber auch schnell weggemacht. So, bitteschön. Sehr schön. Sieht doch noch ganz gut aus hier. Oder läuft bei uns, würde ich fast schon sagen. Oh. Da geht's aber ganz schön weit nach rechts. Wir gehen mal hier entlang. Wie viele Kisten gibt's hier? Noch zwei Geheimnisse. Okay. Noch zwei Geheimnisse. Ah, ich weiß, dass hier hinten eins war. Stimmt. Da gehen wir mal eben hin. So. Genau. Guck mal, daran konnte ich mich noch erinnern. Daran konnte ich mich erinnern. So. Du gehst auf jeden Fall weg. Ja, weg. Du weg. Und bam. Oh Gott. Ups, das wollte ich gar nicht. Hab mich verklickt. Oh, ich hab... Ich bin mit meinem Dings da dran gekommen. Äh. Mit meinem Controller ans Mikro. Und der hat den Knopf gedrückt. Was ein Schicksal, Leute. Was ein Schicksal hier wieder. Am Start ist. Gut. Ist die Rüstung? 53 ist ja relativ schlecht. Ja. Ja. Will ich schon sagen. Noch nicht so das Beste vom Ei hier bekommen. Äh. Rüstung gibt's wohl angeblich bis... Also bis Stufe 109. Äh. Man kann, glaube ich, Level 100 werden. Oder Level 105. Irgendwie sowas. In der Art. Oder 106. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht 100. Das weiß ich. Warte. Ging's da hinten nicht nur weiter? Äh. Egal. Egal. Du, 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 du. Ich hab keine Ahnung, ob's so ging. Ich hab das Lied, glaube ich, auch nur einmal gehört. Und das im Fernsehen. Im Fernseher. Da haben wir noch welche. Ich meine, ich finde das Spiel auch teilweise ein bisschen entspannt, tatsächlich. Und es ist, glaube ich, genau nach meinem Geschmack was. Schwierigkeit. Vielleicht ein bisschen, vielleicht schwerer. Aber, oh. Da war gerade was. Oh, da ist der Magier. Der Magier. Der Erdbändiger. Und ich find's hier noch ein bisschen, also ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Loot gewünscht. Dass die einfach hier mehr Loot droppen, weil irgendwie ist das echt fast gar nichts. Das find ich immer ein bisschen blöd. Vielleicht so um 2%, vielleicht mehr oder so. 5% mehr Loot-Chancen. Und auch wenn man schwierigeren Schwierigkeitsgrad nimmt, dass dann der Loot auch nochmal besser wird. Weil so aktuell ist der 1 ist immer gleich. Egal welchen Schwierigkeitsgrad man nimmt. Da kann ich nichts dran machen. Okay. Hier haben wir ein Pferdchen. Und hier wahrscheinlich eine Falle. Genau. Hallo, Erz-Elijahr. Du lebst ja wieder. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich hätte dich besiegt. Das scheint wohl nicht so der Fall gewesen zu sein. Oh Gott. Magier. Erste Magier. Und dann sein Untergebenen. Ach, ihr seid doch hier keine... Ihr habt doch keine Schnitte gegen mich. Mann, ey. Ihr seid ja welche. Ich hab jetzt aber echt Angst gleich vorm Dorf. Tatsächlich. Das letzte Zuhause. Okay. Dramatisch hier. So, du gehst auch weg. Ich könnte auch noch weggehen. Oh Gott. Ich wollte das TNT nicht zünden, Leute. So, du bist auch weg. Super. Ach, da sind noch welche. Oh. Okay. Ich musste heilen. Sonst wäre ich vielleicht weg gewesen irgendwann. Oh, da kommen ja noch mehr. Cool. Ich drücke jetzt trotzdem das hier mal. Und dann... Bam. So. Bam. Weg mit dir. Du auch. Sehr gut. esse ich hier mal ein bisschen was. Das Tor ist offen. Da könnte ich vielleicht nochmal hier... ein paar Dinger bekommen. Ah, aktuell noch nicht. Schade. Ich hätte mir noch ein bisschen... Achso, ich bin eh voll. Okay, okay. Dann können wir auch weitergehen, wenn ich voll bin. Wie sich das anhört. Wenn ich voll bin, dann kann ich ja weitergehen. Hier haben wir auch nochmal ein Boot. Super. Super. Super duper. Das ist aber hier kein... Oh, ich hatte Raketen ausgewählt. Okay. So, hier bitteschön. Sehr schön. So, da war doch noch einer, oder? Ne? Ja, bitteschön. Du reißt mich nicht an. Du auch nicht. Und du erst recht nicht. Okay. Hier könnte, glaube ich, gleich der Magier kommen. Vor dem ich etwas Angst habe. Wir schauen mal. Da ist auf jeden Fall ein Skelett. Aber das ist auch weg. Ja, hier ist ja irgendwo... Ach nee, Enderman. Neu. Ich sehe hier gerade nichts. Außer ein Enderman irgendwo. Oh, guck mal, den haben wir. Oh Gott. Der ist ja sauer auf mich jetzt. Ich habe dir doch gar nichts angetan hier. Bam. Und bam. Hör mal auf hier. Hör mal auf, so herumzustressen. Kann ich denn auch stun? Weiß nicht. Wird es ganz... Oh. Weiß nicht. Ich kann ihn zumindest zurückschossen. Alter. Du mal schaden. Okay. Ich weiß noch nicht, was so der richtige Plan jetzt hier ist. Ne. Ne. Teleportier dich. Sehr gut. Oh Gott. Bam. Und letzter Schuss. Letzter Schuss. Super. Super, super. Hat mir ein Schwert gedrobt. Fand ich sehr nett. Pfeile habe ich zum Glück noch genug. Und besser ein Enderman als der Magier. Das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall warte ich mal ganz kurz. Und dann schieße ich hier. Mal hin. Hier war nichts, ne? Ne, da war nichts. So, hier haben wir noch dich. Hinten haben wir noch mal verzauberte Dinger. Aber. Dich haben wir auch. Ja. Oh. Hier war eine Skeletonfalle hier. Und ne. Dingsi Bumsis. So, weg mit dir. Sonst ist hier aber wahrscheinlich eh nichts. Ja. War natürlich klar, Leute. War klar, dass hier nichts ist. Ich finde, sie hätten hier echt viel, viel mehr Truhen platzieren können. In dem gesamten Spiel. Nicht nur jetzt hier. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Egal. Und weg. Weg mit dir. Noch lange nicht. Sag mir, wie alt du bist. Bam, bam, bam. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn da alle auf einer Brücke da gammeln. Da komme ich nicht durch. So. Oh, hier aber. Huh, huh, huh. Uhlala. So. Oh, guck mal. Du hast bloß überlebt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Dass zumindest ein paar hier überlebt haben. Zwar nicht alle, aber. Das macht ja nichts, ne. Das macht ja nichts. Oh, Essen. Essen ist immer gut hier. Im Spiel. Oh, ich bin den Hinterweg gegangen. Okay. Ich bin den eigentlich nur gegangen, weil ich dachte, da ist vielleicht nichts. Ey, da ist vielleicht irgendwas. Ich finde das so cool mit dem Bogen. So, Papagei, geht's dir denn gut? Ich hoffe schon. So. Okay, da kommt nochmal hier Creeper. Creeper ist weg. Und der ist auch weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Ey, Creeper weg. So, aber. Genau. Haben wir. Super. Der ist auch weg. Oh Gott, da ist Magier. Den haben wir auch auf jeden Fall weg. Oh. So. Bam. Und bam. Und dich machen wir natürlich auch mit. Easy weg. Oh. Hier sind ja mehrere Magier. So. Den haben wir aber auch. Den auch. Super. Sehr, sehr gut. Läuft. Läuft. Echt entspannt noch. Echt entspannt. So, Vorratskiste. Oh Gott, da haben wir wieder ein Dings. Oh Gott. Ich kann gerade hier nichts gegen die Spinne da machen. Jetzt aber. So, jetzt aber. Äh. Hier scheint auch nicht zu sein, ne? Ne. Okay. Müsste jetzt gleich auch langsam mal das Dorf kommen, würde ich sagen. Obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß nicht ganz genau, wann das hier kam. Ach, hier ist es, glaube ich. Oder ist es hier? Ja, ja. Könnte sein. Könnte gut passen. So. Ich ruhig auch noch hier. Nochmal Geschwindigkeit. Super. Ach, hier bin ich. Oh. Ich kann hier rein. Steint da nicht gerade irgendwas mit A? Ne. Scheint nicht der Fall zu sein. Hm. Egal. Hier. Nimm mal. Okay. Hat leider niemanden getroffen. Ne. Ich meine, da stimmt A. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es gerade nicht ausmachen. Oh Gott. So, jetzt aber. Jetzt habe ich euch hier eigentlich alle ganz schön gut. Unter Kontrolle. Haben wir hier nochmal ein TNT. Vielleicht war das auch das TNT, was ich in der Hand hatte. Was ich da A drücken konnte. Das könnte sein. Hier ist aber auch nichts. Okay. Gut. Dann geht es weiter. Ich habe irgendwie so ein... Keine Ahnung. Mein Nackenquitz. Hat so an, als ob irgendwie ein Windstoß dazu kommt. Aber hinter mir ist kein Fenster. Das ist irgendwie seltsam. Irgendwie seltsam. Oh. Da waren ja nur ein paar Spinnis. Die sind, glaube ich, weg. Ah. Hier ist das Dorf, Leute. Hier ist das Dorf jetzt. Okay. Dann. Wollen wir mal hier kämpfen, ne? Wir haben keinen der nervigen Magier gesehen. Machen dich nur auf. Und klingeln. Und klingeln. Und klingeln. So, weg mit euch. Ich schüttke einfach mal hier A. Oh Gott. Hier, bitteschön. Bleib mal bitte weg. Aua. Der ist auch weg. Super. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen hier. Ah, du bist aber auch ganz entspannt tatsächlich. Oh Gott. Jetzt geht's wieder los. Aha. Ich schreibe einfach euch alle an, so. Guck mal. Wo ist der Typ? Da. Da sind die Typen. Oh Gott. Der Magier ist doch wieder da. Okay. Oh. Ah. Ich muss besser aufpassen. Ich muss besser aufpassen. Oh, ich bin gestorben. Kacke. Hab noch ein paar Leben. Ich bin kein Fan von dem Magier, weil er so ultra stark ist, finde ich. Nein. Oh Gott. Ich hab gegen die Wand gemacht. Das ist ja ein Witz hier. Oh Gott. Magier. Mach doch keinen Scheiß hier. Aua. So. Komm. Komm. Ich hab den. Ich hab. Oh Gott. Ich hab den. Ich hab den. Oh, super. Super, super. Neues Event-Tür geöffnet. Ist natürlich. Oh Gott. So, da geht's raus. Wir gehen auch eben hier durch die Stadt gucken. Aber ich glaub, hier ist soweit nichts. Nichts mehr. Nichts mehr. Aber hier könnten natürlich irgendwo noch Runen sein, die ich vielleicht nicht sehe. Warte, wir gehen mal da aufs Schiff drauf. Hier ist aber nichts. Oh. Oh. Wollte nicht. Wollte schneller laufen. Warte, ich rüste mal eben das schneller Laufen aus. So. Können wir hier nämlich einmal herumrennen. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr. Wir gehen noch hier eben hinten her. Kürbisfeld. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir nach oben. Dann. Gina ist auch relativ zügig. Tatsächlich. Ich weiß nicht. Aufne Haube. Du hast es geschafft. Und die Dorfbewohner der Kürbisfweiden müssen sich vorerst keinem Kampf stellen. Also ich muss gleich auf jeden Fall endlich mal bei Tschüss nachgucken. Ich habe schon wieder eine E-Mail bekommen. Irgendjemand versucht da, mich zu hacken. Mann, 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 Mann. Okay, Leute. Das war's mit Minecraft Dungeons für heute. Och, Alter, diese kleine Fliege hier. Ich weiß nicht, woher du herkommst, ja? Ich habe hier nichts. Ich habe nicht mal hier Essensreste, ja? Ich habe hier nur noch eine Dosensuppe. Ich muss morgen einkaufen. Sonst habe ich nur noch ein Million Zucker. Und ich weiß nicht, woher diese scheiß Fliege kommt. So, mein Gott, ey. Jetzt habe ich es aber hier auch gesagt, ey. Jetzt habe ich es der Fliege gegeben. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Bis dann. Euer Kamito. Und immer schön hier kämpfen. Ruhi, 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 okay, tschüss. Hannah Deister. ôi, ruhi, ruhi, ruhi. Uhh. Schritt.